So, das passt. Ähm, das da wieder hin. Nein, das war eigentlich falsch. Das wollte ich auf diese Seite machen. Weil ich hier so viel Platz habe und dann nicht... Okay. Also... Hier wird auch alles abgebaut. So. Gut, alles weg. Äh, also auf diese Seite wollte ich das so haben. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Nicht, dass ich zu lange aufnehme. Ach, es hat über drei Stunden, ja. Ähm, der muss da hin. Also zack, zack, zack. Zack. Und so. Das wird zack. Nein. Nein. Ja. Habe ich da noch ein bisschen Platz draus? Ich hoffe. Nein, natürlich nicht. Egal, den kann ich mir machen. Ist ja nicht ganz so schlimm. So. Darunter und drüber brauche ich aber auch Platz. Darunter habe ich Platz. Darüber habe ich keinen Platz. Muss ich mir machen. So. Äh. So, das kommt da hin und das da hin. So, und dann brauche ich noch... Das ist blöd. Dann schiebt das den nur. Das ist jetzt blöd. Woher soll der denn den Strumpf kriegen? Hm. Na, jetzt mal das hier testen. Schade. Ah, natürlich. Wegen dem hier. Aber das hier muss bleiben. Verdammt! Dass das nie klappen kann. Äh, nie klappt. Hm. Hm. Man, alles was ich versuche, scheitert irgendwie. Dann versuch mal eine ganz andere Möglichkeit. Habe ich schon zweimal versucht, etwas ganz anderes. Sogar dreimal insgesamt schon. Dann mach was ganz anderes anstatt nur an dem rumzutriften. Nein, ich möchte aber das machen. Erstmal auf andere Gedanken zu kommen. Ich möchte aber das machen. Deswegen werde ich auch das machen. Aber die Musik passt gerade so perfekt. So ziemlich, ist so eine nachdenkliche Musik. So, lass dir doch was einfallen. Irgendwie sowas. Oh, jetzt sieht sie aus. Leider. Ähm. Hm. Die, die war gut. An der Umsetzung scheitert. Hm. Ähm. Vielleicht sollte ich mir da doch mein Tutorial anschauen. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Nachdenkmusik. Ja, nein, das ist keine Nachdenkmusik. Ich glaube, das war eine Dungeonmusik aus Arena. Ja. Aber du kannst das schon einfach benutzen. Das war sehr. Ja. Das war sehr, sehr. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich mache das jetzt ganz anders und ganz, ganz schlicht. Es wird nicht so episch aussehen, wie ich mir das erhofft hatte. Es wird sogar eigentlich sehr langweilig aussehen, aber es wird funktionieren. Es wird funktionieren. So, jetzt erstmal wieder das hier da richtig hin machen. Hmm. Ja, okay, Troll. So, jetzt kommt das hier auch alles weg. Und das da kann ich lassen. So. Das ist hier. Das ist hier. So. Ah. Oh, nee. Hier. Ich muss weiter runter. Oh. Was ist da rein? Zack, ding, zack, ding, zack, jetzt muss sogar noch eins weiter runter. So. Dann. So. So. Okay. Okay. Das passt. Und das passt jetzt auch. Okay. Und dann wieder zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Genau. Das funktioniert. Das ist sehr einfach gehalten. Sehr einfach, aber super. So. 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 Dann zack, zack, zack. Ah, 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 ah. Weiß nicht so gut. Woher haben die... Ah. Ah. Daher haben die... Daher habt ihr was? Ach, ich habe einen kleinen Denkfehler gehabt. Ähm. Klappt das auch mit Slabs? Ah, es wird schon wieder dunkel. Oh nooo. Nein, das klappt nicht mit Slabs. Was ich sehr gut finde. Perfekt. So. Perfekt. Ah ja. Dann... So. So. Wie mache ich das hier jetzt am besten? Okay, der hier muss verzögert sein. Ob felt. Ehm. Ist. Anders. Ah. So, zack, zack, zack. So, erst das, dann das, dann das. Ach, natürlich, jetzt haben die da oben wieder keinen Strom. So. Der kommt schon vorher gar nicht mehr hin. Dann haben wir das halt so. Ähm. Jetzt haben die aber keinen Strom, wieso nicht? Okay. Was die, die da gemacht haben? Hmm. Okay, da gab es doch irgendwie sowas wie einen Komparator, glaube ich, oder? Wie macht man denn den? Naja. Ich glaube, da mache ich beim nächsten Mal weiter. Ich mache jetzt Schluss. Ich nehme eh schon seit knapp dreieinhalb Stunden oder so auf. Ja. Reicht wieder für eine Weile. Mach ich beim nächsten Mal weiter. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich an einen Komparator gedacht habe. Irgendwas. Das ist... Ach, das will ich jetzt auch nicht mehr erklären. Ist egal, die Tora. Erkläre ich dir vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Jo. So. Habe ich noch irgendwas, was hier rein kann? Das kann mit... Bleibt dafür das da. Ähm. So. Ich werde jetzt nur noch schnell nach Hause gehen, die Sachen weglegen und dann werde ich eh Schluss machen. So. Mit Joule bin ich schnell daheim. Puh. Aber ich finde es irgendwie sehr traurig, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich mir das dachte. Aber egal. Ja, vielleicht fließe ich ja beim nächsten Mal hin. Ja, beim nächsten Mal mache ich das einfach so weiter, wie ich es jetzt weiter gemacht hatte. Mir hätte halt nur was gefehlt, aber ich wollte da jetzt auch nicht noch mal weiter länger dran arbeiten. Weil... Dreieinhalb Stunden sind eigentlich schon lange. Reicht? Ja, definitiv. Ja, das sind elf Folgen gereicht. Also fast zwei Wochen. Nicht schlecht. Ja, damit habe ich aber nur dann zwei Folgen Puffer. Weil mir die Folgen morgen ausgehen. Oh. Ja. Also ich habe für morgen noch eine Folge zum Hochladen. Das heißt, ich... Ah, du hast ein schwarzes Pferd geholt. Schön. Und es heißt... Ein schwarz-weiß gepflegt ist. Es hat aber noch keinen Namen. Nein, ich habe keinen Namen. Du willst eins von mir haben. Ich habe eins. Hast du noch eins? Eines habe ich, ja? Habe ich geangelt. Falls ich wieder mal eins angeln sollte, kriegst du es. Hm. Das habe ich in meiner Kiste. Ähm. Unten. Im Lager. Willst du die gleich holen oder beim nächsten Mal? Ich hol's mir gleich. Okay. Ja, ich bin eh noch beim Aussortieren. Und dann muss ich eh noch da sein. Währenddessen. So. Das kommt weg. Das kommt weg. Okay. Name-Tag wirst du hier sein. Ist hier. Oh, Danny Banner. Meine was? Danny Banner. Ja. Wie gefallen sie dir? Oh. Hat was. Hat was, gell? Vor allem ist es jetzt nicht mehr so braun und eintönig wie vorher. Hm. So. Hier ist es. Dankeschön. Bitteschön. So. Dann sag ich jetzt auch euch Tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.